Mann, ey, hör auf zu schlagen. Wer postet denn sowas? Panos. Scheiße. Ja. Du bist raus, ne? Ja, also du hast jetzt nicht mehr genommen. Adi, Adi, Adi. Ja, wie einfach ist das denn aber? Warum? Ja, aber du hast zu früh gesagt. Ja, okay, dann warte ich jetzt auch bis ganz zum Schluss. Wie unfair, Jans. Ja. Kein Spaß. Ja. Lern. Ja, aber bist du doof? Siehst du nicht den Hashtag? Doch. Panos. Dann sag doch mal was. Aber ich warte doch bis zum Schluss, oder? Darf ich schon, oder? Ja, aber das... Nee, ich warte bis 7 von 7. Panos Rezos. Du hast sehr hübsch auf dem Bild. Leon. Warum sind alle langen Texte Leon? Weil er immer so lange Texte... Weil der Film ist, ne? Ja, auf Englisch. Warte. Hä? Aber welches erstes Spiel in der Saison? Das wird dir keiner helfen. Ja, aber zwei Tore und Südamerikaner ist eigentlich nur einer. Lucas Alario. Hä? Ah, Paulinho. Zählt das noch, wenn man das so spät macht? Nein, ne? Nee, erzähl nicht mal nach. Ach so, er hat ja schon einen gesagt. Er hat schon einen gesagt, ja. Jetzt warte ich auch lang. Mendel. Scheiße, ja. Das hätte ich jetzt auch gewusst. Das kann ja jeder schreiben. Ich würde auch wieder den Ding sagen wollen. Hä? Daily. Ich hab erster gesagt. 31. Hä? Ja? Wie steht's? 31. Damaris Woods. Tagelwoods. Häh? Raditzki? Ach, Raditzki. Mann, ey. Ey, um auf zu schlagen. Ja. Also klarer Sieg, oder? 4-1. Obwohl ich erst neu da bin. Ist schon traurig. Aber weiter geht's. Kopf hoch. Aber du bist ja immer auf Instagram. Ja, sieht man. Nee, ich kenne mal den Mitspieler gut. Du kennst ja deinen nicht gut. Okay, Glückwunsch. Dankeschön.